Einen wunderschönen guten Tag und wie ihr schon sehen könnt heute geht es um E-Scooter und ich habe mir einen E-Scooter gekauft ich glaube es ist sogar der meistverkaufte in Deutschland am meisten zugelassene E-Scooter den es überhaupt gibt und der ist von Xiaomi der 1S Scooter. In diesem Video werde ich euch auf keinen Fall irgendwelche technischen Daten um die Ohren hauen oder irgendwas dergleichen wir werden in diesem Video dieses Ding auspacken wir werden es zusammenbauen wir werden es in Betriebnahme nehmen und ganz wichtig ich werde auch noch mal was zur Versicherung sagen und was ich auch gemacht habe ich habe mir noch das eine oder andere in Anführungszeichen Gadget dazu gekauft wo ich denke das muss auf jeden Fall sein und das werden wir jetzt gemeinsam tun und als erstes mal packen wir den Roller aus ich hatte den Karton schon mal ganz kurz auf warum ich den Karton schon mal ganz kurz auf hatte erzähle ich euch später noch und jetzt gucken wir da erstmal rein also ist es auch gar nicht so leicht ich glaube 12,5 Kilo wiegt dieses Ding und jetzt schaue ich mal ob ich den noch rauskriegt ok also das scheint einmal der Roller zu sein kann der irgendwie stehen ja es wäre jetzt der Supergau wenn der erstmal gleich vorne runterkriegt das ist nur Pappe da war der Reifen drin hier ist auch nichts mehr hier ist auch nichts mehr ja super mit einem Teil quasi alles rausgepüren dann schauen wir uns das mal an was ist da noch drin ok ein bisschen wackelige Geschichte am Anfang das sieht nach Lenker aus den muss man noch zusammenbauen das würde ich jetzt hier gerne aha aha warum Anleitungen lesen einfach mal ein bisschen ausprobieren und jetzt ja keine Ahnung wir werden es gleich sehen hier was ich auch ganz toll finde hier haben wir noch ein Ersatzrad weil dieser Roller hat Luftreifen und wenn man da irgendwann mal einen Platten hat dann bräuchte man einen Ersatzreifen finde ich schön dass da schon mal einer dabei ist da gucken wir auch gleich rein da ist da noch irgendwas sehen wir gleich das ist schon mal schlau hier haben wir gleich mal den Ständer unten dran dann steht das Ding schon mal das ist nichts das war es tatsächlich auch schon also da auf einmal den Ersatzreifen jetzt muss man hier gucken da sind so bestimmt so Sachen drin wie Ladekabel genau hier einmal das Ladekabel das Teil hier das dürfte zum aufpumpen sagen wenn ich hier schon sehe ja die die Ventile die sind sehr sehr weit innen und das ist eigentlich ganz nett da haben sie so eine Verlängerung mitgegeben quasi damit man die Eifen gleich aufrufen kann nicht schlecht gut mitgedacht ich bin begeistert dann haben wir hier das ist der Rest vom Ladekabel und auch mit dem deutschen Stecker das ist schon mal gar nicht schlecht ein Schraubenzieher ein kleiner und vier Schrauben da gucken wir uns gleich noch mal an und dann haben wir hier noch das leer eine Anleitung aber weiß ich nicht Anleitungen nein gut ja dann machen wir die ganzen Folien ab also der erste Eindruck den ich jetzt schon habe von dem Scooter also er fühlt sich habe ich habe schon ein bisschen angefasst hier oben auch hier hinten das sieht wird alles sehr sehr stabil und es wirkt alles wirklich gut verarbeitet auch die Schweißnähte hier an sich sehen sehr gut aus also da kann ich nichts sagen das wird der Lenker sein jawohl gut ich friebe jetzt erstmal alles ab und dann halt schauen wir gleich noch mal ok also gut ich sehe schon der Lenker na klar damit er auch in die Verpackung passt der Lenker da gehört das Kabel höchstwahrscheinlich hier hinein genau so vielleicht andersrum dass das Licht nach vorne ist das wäre ganz schlau und dann sehe ich hier schon naja sehr gut da sehe ich hier schon vier Schrauben und das müssten nach Adam Riese hier dieser kleine Schraubenzieher sein ich zeige dir nochmal ganz kurz dieser kleine Schraubenzieher hier und da sind vier kleine Schräubchen dabei und damit muss man jetzt quasi hier oben den Lenker erst nochmal befestigen das werden wir jetzt auch gleich tun und quasi hier also den Lenker jetzt kriege ich ihn schon gar nicht mehr raus doch also dieser Lenker der gehört dann quasi hier drauf gesteckt und hier sieht man schon die Löcher und dann kann man sie hier quasi sehen das muss man ein bisschen einstellen mit dem Gewinde und dann können diese kleinen Schrauben hier zwei von vorne zwei von hinten die können dann hier rein also zwei vorne zwei hinten das mache ich jetzt schnell oh gut was ich allerdings schon wieder ganz schön finde ist also die Schrauben gehen ein bisschen schwer rein aber was ich ganz schön finde ist es ist eine extra Schraube dabei das mag ich ja immer wenn ein paar Schrauben mehr dabei sind als man braucht dann hat man immer das Gefühl danach irgendwo eine Schraube zu vergessen aber ich glaube wirklich dass das jetzt hier eine Ersatzschraube ist was ich sehr löblich finde so und dann scheint es so als wäre der Roller quasi schon zusammengebaut ein ziemlich hübsches Teil 10 Millionen Warnhinweise noch ich hoffe die kann man einigermaßen gut runter machen weil das sieht ja echt scheiße aus ja ich glaube die gehen ganz gut runter trotzdem allerdings Warnhinweise wir gucken erstmal was da noch draufsteht Deutsch bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig bevor Sie den Roller benutzen ja die Anleitung liegt da unten aber natürlich aus Sicherheitsgründen werden wir da noch mal kurz rein gucken und vor allem was ich auch was mich noch interessiert ist ähm wie viel Luftdruck die Reifen brauchen steht das da irgendwo wie viel Bar da drauf müssen naja gut vielleicht müssen wir doch noch mal kurz in die Anleitung gucken weil wie vom Auto vermute ich es auch einfach mal so oder vom Fahrrad je mehr Druck ich habe desto weniger Auflagefläche habe ich natürlich habe ich dann auch weniger Grip aber je weniger Auflagefläche ich habe desto weniger Rollwiderstand habe ich und je weniger Rollwiderstand ich habe desto weiter komme ich mit dem Ding und jetzt muss man noch mal gucken vielleicht steht es da auch drauf ich gucke noch mal drüber ähm wie viel Bar Druck da eigentlich in diese Reifen rein müssen also die sind schon wirklich gut aufgepumpt aber schauen wir mal ob hier noch irgendwo was steht dazu mache ich den Warnhinweis ab weil ich nicht andauernd um die Ecke lesen möchte ja also super viele schöne Warnhinweise Rollerfahrer sind für alle Schäden oder Verletzungen verantwortlich die durch nicht Betrachtung der Anweisung in dem Handbuch verursacht werden berühren sie nicht die Scheibenbremsen stellen sie ihre Füße nicht auf das hintere Schutzblech ab nicht bei Regen oder durch Pfützen fahren so jetzt stellt sich die Frage natürlich für mich also soweit ich weiß ist der Roller Spritz geschützt naja gut dass ich den jetzt dass ich da jetzt nicht durch 30 cm tiefe Pfützen fahre glaube ich ist auch ganz klar regelmäßig zu warten um eine optimale was warte ich denn Reifen aufpumpen naja gut ok soviel zu den Warnhinweisen und tragen sie einen Helm und tragen sie die Ellenbogenschützer und Knieschützer dann gucke ich jetzt doch noch mal in die Betriebsanleitung weil das Einzige was mich wirklich interessiert ist der Reifendruck also die haben wir hier vorhin weggeworfen das wäre vielleicht wirklich sinnvoll zu wissen was man hier für einen Reifendruck braucht habe ich es quasi gefunden das was ich gesucht habe der empfohlene Reifendruck beträgt 50 PSI so ja da weiß schon wieder aus in der Anleitung da werden wir gleich mal gucken wo ist mein Handy ich glaube das müssen wir googeln Sekunde ich bin gleich wieder da hey Google wie viel Bar sind 50 PSI ok vielen dank liebe Google es ist schön wenn man elektronischen Helfer dabei hat also wir sehen hier quasi ich weiß nicht ob es sehen kann sind 3,447 bar also rein da werde ich mir direkt meine Luftpumpe holen und werde mal schauen wie das auch funktioniert mit diesem Reifenaufpumpteil da bin ich gespannt hier dürfte ich eigentlich ganz gut ran kommen vorne wird es schon sehr sehr schwierig werden Moment ich hole meine Luftdruckpumpe so da bin ich wieder und wer hat es gedacht meine Luftpumpe ist schlauer als ich selbst weil da stehen sowohl bar als PSI drauf aber schlauer zu sein als ich ist ja auch nicht wirklich schwierig und jetzt gucken wir mal also das hier ist schon gar nicht schlecht dass hier diese Verlängerung dran ist weil das wird hinten schon schwierig vorne ist es quasi unmöglich quasi mit meiner Luftpumpe da ist diese Verlängerung die ich jetzt hier drauf schraube eigentlich relativ schlau das ist nicht so schlau dass hier direkt die Luft raus geht das finde ich jetzt nicht so geil okay und dann werden wir mal pumpen dreieinhalb mal oh Gott okay aber das geht relativ fix weil der Reifen ist relativ klein okay drei dreieinhalb wunderbar nein also das passt jetzt hier hinten dreieinhalb bar also hoffe ich zumindest weil da hat es jetzt schon mal ziemlich gezischt ich glaube nicht das ist der Reifen ist eigentlich voll ja der Reifen ist eigentlich voll es war das wohl bloß die restliche Luft die quasi aus dem Reifen rausgekommen aus dem Schlauch hier rausgekommen ist und aus der Pumpe okay und jetzt hier vorne das ist natürlich da kriege ich nicht mal den Deckel ab mal gucken ob wir wenn wir das drauf schrauben ob da auch die Luft raus geht das muss ich hinten nochmal kontrollieren okay ein bisschen Luft verliert man aber jetzt kann ich auch sagen ob das passt mit dem Luftdruck wieder mit dem Luftdruck kommt okay also da sehe ich auf jeden Fall schon dass man dass man den auf jeden Fall aufpumpen muss also der kommt nicht vorher aufgepumpt also da war wirklich gar nichts drauf so dreieinhalb bisschen noch so ungefähr okay gut schauen wir mal das glaube ich ist irgendwie Quatsch und ist da jetzt Luft drauf okay also das klappt irgendwie nicht so wirklich gut wie soll das gehen also das ist irgendwie völliger Quatsch ich habe mich so gefreut dass das Ding dabei ist aber das ist irgendwie Blödsinn oder vielleicht mache ich auch einfach wieder irgendwas falsch hoppala und ich checke es wieder auf keinem Auge so wie es aussieht ist dieses Ding hier völliger Crap ja also völlig für den Eimer das ist wirklich scheiße das Ding wie mache ich denn das oder vielleicht bin ich auch einfach zu doof das kann natürlich auch sein völliger Crap das ist ja ein Scheiß also ich demonstriere mal kurz dieses Problem vielleicht bin ich wirklich zu blöd aber ich glaube dieses Teil hier das da mitgeliefert ist das ist das erste Teil wo ich sage das ist wirklich völliger Crap das ist wirklich Schrott das Problem ist wenn ich das Ding hier drauf schraube da hört man jetzt schon also selbst das ist voll Katastrophe ja also da geht die Luft völlig raus jetzt habe ich folgendes gemacht also hier ist kein Ventil mehr drin das heißt wenn die Luftpumpe müsste eigentlich dran sein ich mache es jetzt so ich klemm das hier einfach mit einer Klemme ab dann schließe ich das an so und dann pumpe ich mal ganz kurz so klemme wieder dran und jetzt habe ich quasi also hier ist jetzt wirklich zu jetzt mache ich das mal ab also ich habe jetzt mehr als 4 bar habe ich jetzt gemacht das ist nur der Rest Luft aus dem Ding raus und jetzt ist das Problem wenn ich jetzt hier vorne abschrauben möchte ich glaube ihr könnt es dann auch gleich hören ja geht schon los geht schon los man müsste quasi irgendwie von hinten drücken und das ganz schnell abschrauben also so geht es einigermaßen ich kann jetzt natürlich nicht überprüfen ob da 3,5 bar jetzt drin sind aber es fühlt sich an als also der Reifen ist hart na aber dieses Ding hier mal abgesehen davon also wenn ich nicht wirklich was völlig falsch mache ist dieses Ding einfach das gehört weg tschau egal also nochmal ganz kurz dieses Stückchen wo da dabei ist zum Reifen aufpumpen also wenn ich da jetzt nicht irgendwas völlig falsch gemacht habe und dann ist dieses Ding wirklich das kannst du quasi so wie es ist kannst du es wegschmeißen das Teil ist wirklich scheiße außer ich habe natürlich irgendwas völlig falsch gemacht wenn ihr eine bessere Möglichkeit wisst oder mir sagen könnt was ich falsch gemacht habe wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet gut okay aber das lassen wir jetzt erstmal so also der Reifendruck ist jetzt erstmal also die Reifen sind schon hart das ist schon ja ich vermute jetzt einfach mal dass das okay ist hier hinten gehört noch die Kappe drauf hinten wo das ein bisschen weiter raus steht quasi das Ventil war das bei weitem nicht so dramatisch und bei weitem nicht so schlimm da ging es eigentlich relativ gut naja wie gesagt Reifendruck 3,5 bar oder 50 PSI schaue ich mal noch kurz an was das hier ist für ein lustiger Zettel wo sind wir in Deutsch Deutsch hätte ich gern bla 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 ah ja hier die Testbedingungen für einen typischen Kilometerstand sind folgende also 30 Kilometer soll er fahren Gewicht der testenden Person 75 Kilo da bin ich schon mal ein bisschen fetter da können wir gleich mal 2-3 Kilometer abziehen denke ich mal Wetter und Temperatur 25 Grad Außentemperatur Wind still Geschwindigkeit gleichmäßig Fahrgeschwindigkeit 12 kmh ja da werde ich jetzt auch mal eine These aufstellen dass dieses Ding mit mir drauf keine 30 Kilometer fährt ich hoffe mal dass er so 20 bis 25 Kilometer also es wäre natürlich cool wenn er 25 Kilometer schaffen würde also die 30 Kilometer schafft er mit mir bestimmt nicht weil es wird sicherlich nicht windstill sein der auch vor allem vom Fahrtwind her also diese 30 Kilometer halte ich für sehr sehr unrealistisch aber das wird der Langzeittest beziehungsweise der erste Fahrtest dann auf jeden Fall zeigen ich habe das ja vorhin irgendwie schon aufgeklappt jetzt gucke ich gerade noch mal wie man den auch zusammen klappt ah ok alles noch ah ok gut das ist ein bisschen tricky und jetzt ah ok cool das wird an der Klinge eingehängt und dann kann man ihn mitnehmen gut das muss man ein zweimal gemacht haben das hier vorne das zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen genauer ok also hier sehen wir jetzt den Verschluss den muss ich einmal nach oben sonst geht er nicht auf dann das hier nach vorne klappen dann hat er hier quasi noch so eine zweite Sperre das ist auch bestimmt wieder so ein deutsches Ding so ein Doppelsicherungsquatsch keine Ahnung dann muss man noch mal nach vorne ziehen und dann ganz runter und dann klappt er quasi ein und dann klappt man ihn um und hier hinten braucht man eigentlich gar nichts machen man sieht es schon hackt er einfach ein und dann kann man ihn mitnehmen also das finde ich eigentlich gar nicht schlecht dass man hier an der Klingel quasi die auch gut laut ist quasi hier direkt sich das von selbst einhakt und man ihn dann einfach mitnehmen kann jetzt zeige ich euch noch kurz den Stromanschluss und zwar haben wir hier unten so eine kleine rote Klappe das ist ganz einfach und dann haben wir hier unser Ladekabel einmal den Anschluss für den E-Roller dann haben wir hier den ganz normalen Stecker und dann geht die Nummer einfach in die Steckdose und dann lädt der auch schon man sieht es auch hier das Licht leuchtet rot in diesem Moment wird der E-Roller geladen fertig gut okay also zack zack also das geht echt fix das ist wirklich nicht schlecht so und jetzt habe ich ja noch was erzählt dass ich vorhin schon mal kurz den Karton auf hatte und zwar folgendes geht es hier um jetzt kommen wir an den Teil Versicherungen also man hat hier so ein paar Blättchen drin mal abgesehen von der Anleitung diese Anleitung braucht ihr nicht und in Deutschland ist es ja so dass man diese Dinger versichern muss und da würde ich euch bitte, bitte guckt darauf bevor ihr euch einen Roller kauft vor allem wenn ihr ihn im Internet bestellt oder sonst irgendwo der muss eine allgemeine Betriebserlaubnis haben eine sogenannte ABE sonst kriegt ihr den niemals versichert und ohne Versicherung könnt ihr mit diesem Ding nicht fahren da sind mehrere Sachen dabei und hier steht auch geprüft vom TÜV Rheinland also das sollte man auf jeden Fall mitgeben das ist dann in mehreren Sprachen drauf ich habe einfach alles an Zetteln mitgenommen die irgendwie wichtig sind und hier haben wir die Datenbestätigung für das nachfolgende beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage das ist dieser Zettel die hier sind so ein bisschen labbrig und der hier ist so ein bisschen fester dieser Zettel das ist der wichtige Zettel den müsst ihr mitnehmen zur Versicherung sonst kriegt ihr dieses Gefährt dieses wunderschöne Gefährt mal abgesehen von dem Aufpumpreifen das hat mich jetzt ein bisschen genervt aber sonst bis jetzt sehr zufrieden dieses Gefährt auf keinen Fall versichert das könnt ihr entweder machen wenn ihr übers Internet könnt ihr das machen über jede Homepage von jeder größeren Versicherung könnt ihr mittlerweile diese Roller versichern was allerdings da der Nachteil ist wenn ihr es übers Internet macht und zwar braucht ihr dieses hübsche Kennzeichen das wir auch gleich noch anbringen werden dieses hübsche Kennzeichen braucht mit der Post eine Woche so ich habe und das ist Variante 2 bei meiner Versicherung angerufen und habe gefragt du habt ihr so kleine Kennzeichen da für einen Elektroroller und sagt sie ja 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 kommen sie mit ihrer ABE also ihr Allgemeinbetriebserlaubnis kommen sie vorbei bitte und dann versichern wir den und das hat auch wirklich tadellos geklappt also ich hatte ein bisschen Angst und diese Angst möchte ich euch jetzt auch nehmen weil dieses Ding kommt ja aus China was haben die denn zu tun quasi mit ja mit Deutschland aber die scheinen sich sehr gut auszukennen also auf diesem etwas festeren Blatt hier quasi nennt sich Datenbestätigung ist wirklich alles drauf was die Versicherung braucht und es ging wirklich tadellos genau sobald man das versichert hat kriegt man hier quasi so ein hübsches Kennzeichen dazu kriegt man sein Versicherungsschein und da war ich ganz froh dass ich bei der Versicherung bin weil eigentlich habe ich bisher immer gedacht dass das Kennzeichen wenn die Polizei einen aufhält quasi als Versicherungsschutz reicht meine Tante von der Versicherung hat gesagt nein das reicht nicht du musst immer deine Versicherungskarte mitnehmen unterscheiden sich die Geister habe ich jetzt das eine oder andere schon gehört aber sie hat gesagt das ist ungefähr so wie beim Auto dein Fahrzeugschein was ich persönlich finde auch Sinn macht und ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher ob man den wirklich mitführen muss oder nicht aber das ist ein kleiner Zettel den kann man vielleicht auch nochmal halten dann ist der nur so groß dann geht der in die Hosentasche oder in die Brieftasche oder was weiß ich wohin und dann nehme ich den auf jeden Fall mit und dann kriege ich bestimmt überhaupt gar keinen Ärger so zu den Kosten der Versicherung also diese E-Scooter die sind spottbillig die sind spottbillig und die meisten Versicherungen bieten zwei Varianten an einmal die wo ich genommen habe die ganz normale Versicherung und dann gibt es noch eine Teilkasko jetzt ist die Frage ob sich die Teilkasko lohnt das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden meine Teilkasko da hätte ich eine Selbstbeteiligung von 150 Euro auf den Roller nachdem dieses Ding aber nur 350 Euro gekostet hat ja nein habe ich gesagt nee komm vergiss es und deswegen habe ich dann die ganz normale sticknormale Haftpflichtversicherung genommen für diesen Roller ist es eine Haftpflichtversicherung? Kfz-Versicherung hier auf meinem Zettelchen Kfz-Versicherung oder irgendeine Günstige und da sind wir bei einem Preis also ich zahle jetzt im Jahr und das könnt ihr euch jetzt mal schön schmecken lassen im Jahr 17 Euro Versicherung mehr habe ich an Unterhalt mal abgesehen vom Strom den ich reinlade an diesem Roller nicht zu bezahlen und das finde ich super krass und günstiger kann man eigentlich also mir fällt nichts ein also was wirklich komplett motorbetrieben ist wo man nicht reintritt Elektrofahrrad ja okay aber das würde ich jetzt da mal rausnehmen günstiger kannst du dich momentan einfach nicht fortbewegen so viel zur Versicherung genau bitte passt auf dass ihr einen Roller kauft den man auch versichern kann dann entweder übers Internet oder direkt zur Versicherung hin vorher bitte anrufen ob die diese Klebeschildchen da haben genau und die genau dieses Klebeschildchen werden wir jetzt anbringen und dazu haben wir hier hinten so eine kleine Fläche wo dann quasi das Kennzeichen drauf kommt die Versicherungen laufen immer von März bis März für 2021 sind die Schildchen blau und nächstes Jahr hat das Ding dann wieder eine andere Farbe ganz wichtig das müsst ihr jedes Jahr selbstständig erneuern das kriegt ihr von der Versicherung nicht zugeschickt das hat den einfachen Grund dass ihr quasi mit eurer Versicherungskarte also mit eurem Versicherungsschein müsst ihr dann quasi wieder zur Versicherung hin und müsst euch ein neues Schildchen holen meine Versicherungstante hat gesagt die haben die Schilder immer schon so ab Ende Januar Anfang Februar haben die diese Schildchen schon und dann kann man einfach hingehen mit seiner Versicherungskarte und sich ein neues holen genau und jetzt werden wir das hier ankleben schauen wir mal ja ich verpimmel das bestimmt wieder oh 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 ja ne ja ja nicht ganz aber das tut's schon das tut's schon und in diesem Moment in dem ich diesen Kleber hier drauf gemacht habe darf ich auf Fahrradwegen und auf Straßen fahren und quasi mich frei bewegen mit diesem Roller top das nächste und quasi das letzte um jetzt den Roller in Betrieb zu nehmen ist jetzt wir müssen ihn mit der Xiaomi Home App quasi koppeln hier sind noch also hier steht jetzt quasi der Roller ich habe euch mein Handy jetzt seit hier mal auf meinen Fernseher gespiegelt hier sind noch so ein paar Aufkleber drauf die können weg da steht nur drauf wie das zu bedienen ist also quasi ich muss jetzt einmal drauf drücken und dann wird's piepen jetzt schauen wir uns erstmal diese Xiaomi App an also die könnt ihr überall runterladen also ich jetzt zum Beispiel bei Android ich habe es einfach über den Playstore gemacht dann machen wir die mal auf genau und hier und da müsst ihr wenn ihr sie runtergeladen habt müsst ihr euch einmal registrieren das ist leider so und jetzt schalten wir mal diesen Roller an dann gucken wir gleich mal er piept ziemlich hässlich jetzt habt ihr hier oben in der Ecke ist ein Plus da drücke ich jetzt gerade mal drauf und dann machen wir Gerät hinzufügen und dann schauen wir mal ob er das findet ja er hat den schon gefunden also hier sehen wir schon hier ist der Mi Elektroroller 1S dann drücken wir da mal drauf Genehmigung ja ich bin einverstanden mit allem möglichen jetzt steht hier drücken sie die Ein-Ausschalltaste um eine Verbindung herzustellen das tue ich aha er hat das Licht angemacht das ist ganz toll vielleicht muss ich die etwas länger drücken wir drücken nochmal ganz kurz drauf dann ist das Licht wieder aus vielleicht ein bisschen länger jetzt habe ich ihn aus gemacht das hat ja schon mal wieder ganz toll versuch äh geklappt ja was vielleicht auch schlau gewesen wäre wenn ich das Bluetooth von meinem Handy anmache das wäre natürlich super geil gewesen da Mi Scooter 5816 so äh so genau zur Verwendung dieses Geräts ist da eine App notwendig? ja weiß ich so und jetzt würde ich dich bitten dass du dich verbindest er steht auf D irgendwie ist hier das Bluetooth nicht an also ist man sieht schon es ist schon wieder so ein bisschen tricky und das nervt mich schon wieder so also Problem ist behoben wie ihr gesehen habt habe ich mein Handy auf den Fernseher gespiegelt da war das Bluetooth irgendwie belegt deswegen konnte er keine zweite Verbindung zwischen Handy herstellen aber jetzt hat es geklappt also er hat dann registriert er hat ihn gefunden ich schau mal ob ihr das so sehen könnt dann kommt der Fokus wieder ja also er hat den Roller auf jeden Fall gefunden und jetzt muss ich mir noch kurz aussuchen ob ich im Schlafzimmer bin oder im Wohnzimmer ich denke mal das ist scheißegal wir machen einfach mal auf Schlafzimmer machen weiter dann wähle ich natürlich hier auf der nächsten Seite dann hat den Mi Elektroroller aus da mal gehe ich auch mal schön auf weiter und dann steht hier zu Hause nur dieses Gerät teil nein ich möchte gar nichts teilen sondern los gehts Bluetooth-Kopplung jetzt ist in diesem Moment auch hier das Bluetooth-Zeichen an Mi Elektroroller 1s Nutzerbedingungen bitte auch noch mal bestätigen mache ich natürlich damit bin ich einverstanden das hasse ich immer diese App Kacke da kriege ich immer direkt ach jetzt kommt dieses lustige Video das muss man sich leider Gottes angucken das erspare ich euch jetzt ich werde das dauert eine Minute ich werde für euch noch ein kleines bisschen tanzen das Video ist vorbei und jetzt steht hier Rolle aktivieren und das ist quasi das wo wir hin wollten ja und da drücke ich natürlich auf aktivieren und Gott sei Dank nach 10 Minuten und 2 Minuten Video ist jetzt endlich dieses Piepen weg so also der Roller ist quasi aktiviert und jetzt stellen wir ihn direkt mal auf Sport in der Wohnung ob das jetzt so eine tolle Idee ist weiß ich jetzt noch nicht so ganz hui ja also Rolle aktiviert Rolle funktioniert Rolle fährt und jetzt habe ich natürlich noch ein paar kleine Sachen dazu gekauft die werde ich jetzt noch anbauen das jetzt mit der Aktivierung ganz ehrlich ja das war ein bisschen schwierig also es hat ein bisschen gedauert dann ist er wieder ausgegangen dann hat er wieder gepiepst aber das hat jetzt ungefähr gedauert 10 Minuten, Viertelstunde wenn man es richtig macht ja aber es funktioniert es fährt in der Wohnung nicht ratsam auf jeden Fall kümmern wir uns jetzt als nächstes um die Sachen die ich jetzt noch extra für den Roller gekauft habe so und jetzt kommen wir zu Dingen wo ich sage die brauchen wir bei diesem Roller auf jeden Fall damit es irgendwie Sinn macht und als erstes habe ich hier so eine Tasche gekauft das ist eigentlich mehr oder weniger so ein Softcase das kostet auch nichts das kostet irgendwie weiß ich nicht 15 Euro glaube ich habe ich bezahlt und das ist jetzt das erste Teil was wir jetzt anbauen werden und da werden wir mal gucken ob das klappt und zwar hätte ich das gerne direkt unter dem Lenker hier sehen wir schon das Kabel ist schon wieder so ein bisschen verfrickelt wird es dann aber ich glaube das geht ganz gut und jetzt habe ich quasi vorne an meinem Roller eine Tasche dran die ich auf und zu machen kann und wo ich was mitnehmen kann was sehr sehr wichtig ist und da kommen wir jetzt quasi zum zweiten Teil das nächste was man natürlich braucht ist ein Schloss und hier habe ich so ein richtig cooles massives Handschellen Schloss gekauft das auch wirklich geil und für E-Roller optimal weil wenn man diese Schlüssel dabei machen wir auf so und dann ist es ganz einfach und wo soll man es denn hin machen also man könnte es hier fest machen die meisten machen es aber dann hier unten fest zack und dann kann ich mich hier quasi an jedes Straßenschild an alle möglichen Pfosten oder so kann ich mich anketten und so klaut dieses Ding auf keinen Fall jemand ich habe ein bisschen teureres gekauft weil es dann innen auch noch gummiert ist hier und da den Roller halt nicht verkratzt dann hier unten wenn er am Metall dran ist und dann habe ich das hier quasi so und dann sollte das nach Adam Riese ich habe es schon drin hier vorne perfekt in diese Tasche hinein passen und dann habe ich quasi mein Schloss immer dabei das ist das zweite was ich wirklich sinnvoll halte weil wenn ich meinen eigenen Roller habe dann möchte ich den nicht irgendwo stehen haben und so ein Hallenschellen Schloss scheint hierfür wirklich gut geeignet zu sein also für so einen Roller tipptopp dann kommen wir zum dritten was man auf jeden Fall noch braucht und das ist jetzt die Frage weil ich habe schon gemerkt ich habe mir ja ab und zu auch mal so einen E-Roller ausgeliehen also ihr solltet auf jeden Fall auf dem E-Roller immer Handschuhe dabei haben weil hier oben den Gashebel den muss man quasi andauernd gedrückt halten hier früher war es so dass wenn man den Gashebel 3 Sekunden gedrückt hält dass er dann die Geschwindigkeit gehalten hat aber herzlich willkommen in Deutschland ist bei uns natürlich verboten weil dann quasi die Kontrolle flöten geht also Handschuhe ganz wichtig ich bin schon mal bei 0 Grad gefahren mit so einem Leih-Roller da ist mir quasi der Daumen fast abgefroren also wenn ihr E-Roller fahrt und es ist ein bisschen kälter auf jeden Fall auch immer Handschuhe mitnehmen und das letzte was man natürlich noch braucht ist eine Handyhalterung Handyhalterung klar wenn ich mit der S-Bahn irgendwo hinfahre und ich steige aus und ich weiß nicht wo ich bin was öfters mal passieren kann ist ja ganz klar dann brauche ich natürlich auch Google Maps und hier gibt es einfach Handyhalterungen was ich ein bisschen blöd finde ist dass hier das Display ich mache mal kurz an wenn hier das Display das sieht man halt dann nicht mehr wirklich gut aber man kann zum Beispiel auch quer fahren da kann man auch die KMH wieder sehen also das quer stellen oder das ist eigentlich ziemlich cool und dann nimmt man einfach das Handy legt es rein zack Google Maps an und dann habe ich quasi ein Navi auf meinem E-Roller wenn ich irgendwo hinfahren muss das ist auch ein absolutes Muss ich muss ganz ehrlich gestehen dass wenn man das jetzt alles hier so an diesen kleinen Lenker ranfrickeln muss dass das schon ein bisschen Platzprobleme gibt aber ich denke dass das wirklich Sinn macht und dass man das wirklich gebrauchen kann ok also abschließend möchte ich von meinem ersten Eindruck berichten von diesem Roller von dem Mi Scooter 1S Verarbeitung finde ich sehr sehr gut also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall die paar lustige Gadgets kriegt man auch dran die Sache mit den Reifen das war jetzt ein bisschen schwierig es war ein bisschen frickelig und dieses Zwischending dass sie da mitgeliefert haben das kann man eigentlich so wie es ist in die Tonne treten wie ihr vorhin schon gemerkt habt ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher ob ich jetzt wirklich 3,5 bar in den Reifen drin habe oder nicht das koppeln mit der App ja war auch ein bisschen schwierig da muss man ein bisschen Geduld mitbringen die mir ja meistens total fehlt aber es hat am Endeffekt doch geklappt und ich bin jetzt erstmal zufrieden und jetzt werde ich mal eine kleine Runde fahren und das erste Fahrvideo den ersten Testvideo das kommt dann später irgendwann mal das Wetter ist auch nicht so gut aber wie gesagt ein Testvideo werdet ihr auf jeden Fall noch kriegen und die ersten Erfahrungen die ich mit dem Roller gemacht habe in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bit 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 Untertitelung des ZDF, 2020